So Leute, willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Das letzte Mal gab es unter anderem eine ziemlich lange Puzzleteilsuche hier bei Playa del Kong. Aber wir haben alle Puzzleteile, yeah, und den geheimen Ausgang haben wir auch gefunden. Jetzt geht es mal zu Aquatec, nicht Aquatec, sondern Aquatec, weil da müssen zwei As sein hinter dem U, damit es Aquatec heißt. Aber, ich glaube der Name ist eine Kombination aus Aquatec. Ist vielleicht ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Nee Vogel, das ist wirklich eine Kombination aus beiden. Ach, was ich nicht sagen. Gut, hoffen wir mal, dass die Puzzleteile hier ein bisschen leichter versteckt sind. Das ist ein Fass. Ist das so ein Fass, das mich rettet oder ein Bonusfass? Schauen wir mal. Ein Bonusfass, okay cool. Damit haben wir schon mal das erste Sekret hier gefunden. Das ist Suki und ähm ja. Das Minispiel haben wir schon das ein oder andere Mal gespielt. Das ist wirklich echt ein Kritikpunkt, den man nennen muss, dass die Bonusspiele sowohl immer gleich sind, als auch nicht schwerer werden. Ich meine, ich habe immer 30 Sekunden Zeit und äh ja, ich stelle mich hier richtig doof an, wie ihr seht. Aber ich schaffe es trotzdem lockerlessig mit noch 9 Sekunden Zeit, also die Dingens, die ähm Bonuslevel können sich schon ein bisschen abwechslungsreicher gestalten. Ich meine, die sind ja kreativ, das, das weiß man. Die Entwickler... Oh, don't fuck. Die Entwickler äh sind ja nicht unkreativ. Oh fuck. Hoch da? Ja, so gut. K. K. Ui, 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 Ui. So, oh... Da kommen auch... Haya. Oh, nicht zu hoch. Da. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Perfektissimo. Also, man sieht ja, dass die Kreativität... Wow! Es geht tief nach unten, yay. So, schön, alle Bananen. Was ist das jetzt? Drei Schienen? Ah, wir können wechseln. Wir können wechseln. Oh, einfach mal den Bananen nach. Hier, Bananissimo. Sehr gut. Oh, das ist schon das nächste Puzzle. Haha, das hätte man sich denken können, weil einfach so ist da nicht eine Schlucht. Ja, 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 ja. Sehr gut, okay. Nein, oh, jetzt wollte ich fast nach links gehen. Bleiben wir einfach bei den Bananen. Einfach bei den Bananen bleiben. Okay, sehr gut. Nette Bananen. Oh, schnell, schnell, schnell. Rüber da. Super, vier von fünf schon. Oh, Gottchen, oh, Gottchen. Es läuft, es läuft, es läuft. Nein, nein, da bin ich zu weit gesprungen. Okay, es geht, es geht. Oh, runter, 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 runter. Ja, Fiktion. Nein, hoch. Ah, fack, da habe ich zu spät hochgezogen. Habe ich einfach zu spät hochgezogen. Ich töte. Okay, rüber. Wow. Wow. Das ist ein Puzzleteil. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Wir haben alle Puzzleteile, oder? Also die Levels sind schön knackig anspruchsvoll, aber auch knackig kurz meistens. Wenn man es dann fehlerfrei schafft, was... Nein, oh, oh, doch, doch. Nein, oh, oh, Gott. Ich wusste nicht, ob es ein Fehler war, als ich gesprungen bin. Äh, den Bananen nach. Wir gehen den... Nicht den Bananen nach. Oh, Gott. Äh, wollen wir in der Mitte bleiben, oder? Wo wollen... Ach, seht ihr? Was? Ich habe doch rechtzeitig noch links gedrückt. Mann, irgendwie doch nicht. Naja. Schade, schade Schokolade. Ich glaube, das war schon das G. Kann das sein? War jetzt das G, Mann? Das war das G. Oh, dann ist das Level gar nicht mehr so lang. Yo. Aber cooles Level. Also, gefällt mir auch hier mit diesen Schienenwechseln. Ist, glaube ich, relativ neu. Oder gab es das schon mal? Ne, ist auf jeden Fall so ein dreidimensionales Element, das man hier eingefügt hat. Ja, und die Levels sind doch ziemlich kurz. Aber dafür, wie gesagt, knackig. Und zacki, 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 zacki. Ich habe ja auch gesagt, auch nicht wirklich die Motivation unbedingt dieses Decay immer zu kriegen, weil wir haben mehr als genug Leben, wir haben mehr als genug Bananenmünzen. Ey, das muss ich echt sagen, bei der Wiimote-Steuerung, also mit Wiimote und Nunchuck, ist das geilste, wenn ein Level richtig schwer ist und dann bekommst du am Ende das Decay, dann kannst du deine Wut so richtig rauslassen und schütteln. Könnte man hier auch, wenn man Wiimote und Nunchuck benutzt. Mache ich aber nicht, Tiefsee-Tourismus. Nein, Tiefsee habe ich gerade keinen Bock. Ich hatte gerade so viel Spass mit dem Lawn-Level. Da gehen wir lieber zu 4A Aqua Marte. Das ist wahrscheinlich auch ein Tiefsee-Level, also von dem her nimmt sich das nicht allzu viel. Aber ja, keine Ahnung. Tiefsee-Tourismus klingt halt einfach so tiefseemäßig. Und das könnte vielleicht mit ein bisschen Glück nicht ganz tiefseemäßig aufgebaut sein. Ich mag unter Wasser-Level einfach nicht. Aber ich glaube, so langsam, wenn ich mich ein bisschen länger verfolge in Jump'n'Run-Spielen, wisst ihr auch, dass ich keine Dings unter Wasser-Level mag. Aber ich glaube, es geht vielen so, dass sie unter Wasser-Level nicht sind. Kann ich da runter? Ja, okay. Ich war mir unsach, weil hier ist so Elektro- Oh, hier sind Haie. Weil hier sind so Elektro- Oh, nein, da ist nichts. Da ist nichts. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Da rechts ist nichts. Weil hier sind auch so Elektro-Dinge. Und die können mich ja theoretisch, beziehungsweise die können das Wasser ja theoretisch elektrisieren, oder nicht? So, über da. Oh, oh, oh. Okay. Zack. Sehr gut. Gut getimed. Gut getimed, kleiner Pinguin. So. Ah, hier. Das hat man gesehen. Hat man gesehen. La, 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 la. Nein. Nicht so eins. Nicht so eins ohne Didi oder... Komm. Obwohl, wenn man so eine Route hat, wäre ich jetzt gerade... Oh, nein. Das war blöd. Das war blöd. Okay, runter. Sehr gut. Wieder hoch. Ja, okay. Wenn man so eine Route hat... Äh... So. Oh, 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 oh. Dann geht das supi-dupi. Ähm, wechseln die sich wenigstens ab. Also, könnte ich jetzt theoretisch diese Route jedes Mal nehmen, oder... Springen die dann anders rein und raus? Oh. Das war... Das war gerade richtig blöd. Ja, doppelt und dreifach richtig blöd. Ich glaube, ich komme trotzdem um den. Wann will ich denn? Ich glaube, ich will Dixie-Kong. Die gefällt mir, glaube ich, echt am besten, muss ich sagen. Wollen wir erst mal schauen, was hier ist? Oh. Ey, kleiner Fischi. Zack. Nein. Dummes Fischi-Dings. Was ist hier nichts? Manu. Ich dachte, vielleicht wäre da was. Schraube, 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 schraube. Bones. Schraube, schraube, schraube. Schraube, schraube. Und tun sein. Tröten, töten. Komm. Komm her. Nein, dummer Ping. Oh, dann stirbt halt der Ping. So, rein da. Sehr schöner Hechtsprung, Donkey. Das hast du fein gemacht. Moment. So, ganz kurz. Oh, okay. Hört ja sein könnte, dass es irgendwie klappt, aber... Nee, tut es natürlich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man einen Puzzleteil bekommt, wenn man hier alle einsam kommt. So, okay. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Sehr gut. Schnell wieder Luft geschnappt. Ah, ich hatte schon Luft, weil ich hier in der Luftblase war. Und jetzt hier durch. Was ist das für einer? Ich habe den erledigen können? Nee. Ah, nee, die... Hat mich jetzt gerade die Muschel getötet, beziehungsweise getroffen, oder das Ding? Geht's hier rechts lang? Nee. Okay, dann hier hoch. Speicherschwein erreicht. Sehr gut. Oh. Oh. Hey, weg mit euch. Strike. So. War es ein Fehler, dass ich die weggestriket habe? Keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall jetzt erstmal alle Bananen einsammeln. Könnte sein, obwohl ich glaube, es wäre ein bisschen zu einfach jetzt. Tatsächlich. Dass dann ein Puzzleteil kommt. Ja. Also, ich habe jetzt nichts dagegen, aber... Fand ich doch relativ easy peasy wheezy. Cheesy miese. Wer versteht das meine? Okay. Keine Angst, ich gehe nochmal runter. Oh. Da habe ich einen Ersatzfass, wenn ich es brauche. Okay. Gut, dann kann ich auch mit ruhigem Gewissen mehr oder weniger da reingehen. Weil, wenn der Heimer trifft, kann ich mir da später ein neues Fass holen. Ist hier irgendwas? Vielleicht hier ein Puzzleteil. Lohnt sich das überhaupt hier immer unter Wasser zu gehen? Weil ich glaube, bis jetzt habe ich nichts Nützliches gefunden. Aber dann wahrscheinlich genau dort, wo ich dann nicht unter Wasser nachschauen gehe, ob da was ist. Genau da ist dann was. Zum Beispiel hier könnte es sein. Oder auch nicht. Doch! Da ist auf jeden Fall... Ja. Aha. Also sind nicht nur Bananen, oder? Da sind nicht nur Bananen, oder? Ja. Sehr gut. Nein. Oh, komm, leck mich. Du Ding, Mann. Kann ich den von hinten? Packen? Ja. Sehr gut. Hm. Egal. Egal, 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 egal. Hier haben wir ja noch ein Fass. Deswegen habe ich es getan. Ich wollte unbedingt das O haben. So, formt das O, meine lieben Freunde. Formt das O. So. Hoch da. Und dann... Rüber, 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 sprach der Dübel. Moment, ich will was schauen. Und zwar verwandeln die Gegner sich auch in, ähm... Herzcontainer. Nee. Lame. Okay. Hier runter. Überschwingen. Und wir schauen trotzdem nochmal unter Wasser nach. Obwohl, ich jetzt eigentlich fast schon sehr verbind, dass hier nichts ist. Außer dem bösen Hai. Da mir an die Kehle will, an die Gurgel. Doch, da ist was. Da ist was. Ich hab's gesehen. Sehr schön. Einmal hatten wir Glück und haben einen Bonus-Fass gefunden. Was heißt Glück? Was wir können? Oh, die Bonus-Spiele machen wir am meisten irgendwie. Also dieses. Das ist ja eins. So, schön alles einsammeln. Weiß nicht wieso, aber keine Ahnung, macht irgendwie Spaß. Macht irgendwie am meisten Spaß, finde ich persönlich. Welche Bonus-Spiele gefallen euch am meisten? Ist es auch das hier? Oder ist es ein... Wow. Ist es ein anderes? Oder doch das? Oder ein anderes? Oder doch das? Doch das? Doch das? Doch das? Ja, mehr Auswahlmöglichkeiten habt ihr ja nicht. Außer das hier oder ein anderes. Aber wir können natürlich auch ein anderes nehmen, wenn auch ein anderes am besten. So. Vielleicht bekomme ich hier ja was. Und Herz. Hebe ich mir auf. Vielleicht werde ich ja irgendwo getroffen hier. Aber erstmal hier nach unten. Immer schön. Und seht ihr, ab und zu findet man ja doch was, was ganz schön nützlich sein kann. Auch wenn eine Bananenmünze nicht wirklich nützlich ist. Aber ja gut. Seht ihr, deswegen habe ich hier das Herz liegen lassen. Weil jetzt kann ich es nämlich benutzen. So. Oh. Das war richtig doofissimo. Komm ich doch hoch? Ja. Sehr gut. Okay. Bekomme ich hier vielleicht noch ein Herz? Vielleicht würde ich ganz gerne Dixie... Danke. Ich würde Dixie gerne behalten. Kann ich jetzt auch. Äh. Okay. Ich glaube, da kann ich mich nicht dranhängen, oder? Moment. Sorry. Das muss ich nochmal schauen. Es könnte sein, dass man sich an diesem Green Moos-Dingens festhalten kann. Nee. Kann man auf jeden Fall nicht. Ich habe es jetzt gerade nachgeprüft. Geht nicht. Oh, wie ist es so ein Dingens? Stirb! Oh. Daher trifft mich jedes Mal. Ich bin echt zu blöd, um zu kacken, Mann. Ah. Oh. Moment. Oh. Ich verstehe wahrscheinlich nicht, was gerade bei mir abgeht. Aber ich muss mich unterdrücken, dass ich nicht wusste, weil... Das wäre nicht so schön. Nein. Komm. Ich habe fast keine Luft mehr. Ich will hier nur die Bananen einsammeln. Oh, Mann. Wahrscheinlich gibt es nicht mal ein Puzzleteil, wenn ich die einsammel. Keine Ahnung. Ich wollte es einfach tun. Was? Hier? Oh, nö. Oh, nö. Wieso hier? So weit hinten? Haben wir echt keinen anderen Speichelpunkt? Wir sind kein anderes Speicherschwein. Hm, okay. Hm, okay. Moment. Ich nehme mal... Nein! Ich wollte... Ich wollte eigentlich Cranky-Kung nehmen. Weil... Oh, ich muss das Ohr noch mal einsammeln. Nein! 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 Teilweise. Ich weiß auch noch, was teilweise muss ich mir abdrehen. So, Dankeschön. Da kommt auch irgendwo ein Herz. Dankeschön. Das Wohnenspiel müssen wir ja nicht noch mal spielen. Wir können es ja noch mal spielen. Aber ich will es... Ehrlich gesagt, ich muss unbedingt noch mal spielen. Weil... Keine Ahnung. Muss nicht sein. Wir haben schon das Puzzleteil. Da ist noch ein Leben. Das hebe ich mir auch mal auf. Für härtere Zeiten. Sehr gut. Das hat was gut gemacht. Ich bin gut hier durchgekommen. Weg mit dir. So. Oh, wenn ich genug... Bananenmünzen hätte, könnte ich die alle verwandeln. So. Ähm. Will ich trotzdem mal versuchen, alle Bananen einzusammeln? Ich weiß nicht, ob sie überhaupt was bringt. Schauen wir mal. Weiß man hier warten? Oh, nee. Oh, nee. Komm. Komm, sammels ein. Danke. Und dadurch. Sehr schön. Und erstmal wieder Luft schnappen. Wir müssen nur noch eine Bananenstaute einsammeln. Dann haben wir die hier eingebaut. Kommt fest. So, die hier. Und? Ja. Tatsächlich. Ein Puzzleteil. Sehr gut. Mit Dixi geht das eigentlich ganz gut. Mit Dixi geht das ganz gut. Geh weg. Oh, 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 oh. Ich brauche... Ah, danke schön. Ich brauche wieder Luft. Uiuiui. Wie viel haben wir? Sechs von neun. Und zwei von vier. Ja. Ah, 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 ah. Sehr gut. Schon mal zu Pige Mop. Bananenminze will ich auch haben. Denkt mir jetzt nicht allzu viel. Aber ich wollte sie einfach haben. Bekomme ich hier vielleicht ein Herz? Nein, kein Herz. Aber vielleicht bekomme ich eins, wenn ich alle Bananen einsammelde. Wer weiß, wer weiß. Ne, nur eine Bananenminze. Aber ich hätte gerne ein Herz. Was, 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 was? Ja, komm. Und hier. Und hier. Und hier. Sehr fein. Haha, das war cool. Das war cool, das war cool, das war cool. Rumm, bam, 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 bam. Könnte es sein, dass da unten jetzt trotzdem noch ein Bonuslevel oder so ist. Ein Puzzleteil. Wir haben sieben. Es kann durchaus sein, ich gehe runter. Wahrscheinlich bringt mir das gar nichts, weil hier wahrscheinlich dann nur der High auch noch war. Der Böse mit dem Herz. Ja, hat mir tatsächlich gar nichts gebracht. Aber egal. Ich habe es versucht. Ich habe alles versucht, Leute. Ich habe... Aber ich verfolge mich sogar. Das fällt mir erst jetzt auf. Oh. Verbrauchen wir so sie kränken? Nein. Nein. Komm jetzt. Sehr gut. Okay, Leute. Hier an dieser Stelle war leider meine Festplatte voll. Und Fraps hat aufgehört aufzunehmen. Yay. Das ist mir erst nach der Aufnahme auch eingefallen. Beziehungsweise aufgefallen. Deswegen ist es jetzt so, dass ich, wie ihr seht, alle Puzzleteile habe und auch alle Kong-Buchstellen. Also das seht ihr jetzt momentan nicht, weil ich hier jetzt nur ein paar habe. Und falls ihr euch jetzt fragt, wieso ich Cranky Kong habe. Ihr seht oben das Secret Exit. Das kann man lediglich mit Cranky Kong erreichen. Und ich glaube hier unten, hier war das achte Puzzleteil, glaube ich. Das müsste, glaube ich, das achte sein. Dann gehen wir mal hier rüber. Ah, jetzt so eine kleine Fass-Action. Okay. Da ist das G. Das haben wir jetzt auch. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen und da wieder zurück, bekommen wir das neunte Puzzleteil. So. Oh. Jetzt, wie zeige ich euch. Oh Mann. Nee. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil, ähm, ja, jetzt haben wir alle Kong-Buchstaben. Ja, tut mir echt leid dafür. Ich kann jetzt dafür, also ich kann was dafür jetzt vorschauen sollen, ob meine Festplatte noch genug Speicher hat. Aber ihr müsst wissen, ich habe jetzt die ganzen Parts, ähm, alle aufgenommen im Vorhinein. Ihr müsst nämlich auch wissen, ich habe das Spiel ein bisschen früher als ihr. Heute ist noch längst nicht Release und, ähm, ja, ich spiele es halt wie Blablub und nehme es für euch auf. Ähm, und, äh, von dem her, keine Ahnung, ich habe einfach nicht drauf geschaut, ob meine Festplatte voll ist oder nicht. Und jetzt war sie leider voll. Konnte jetzt, ähm, leider nicht das Original sein. Also die Audiospur habe ich noch, aber Fraps hat aufgehört aufzunehmen. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Ähm, wisst ihr nicht, dass man hier mit, mit Cranky Kong herumschlagen kann und die Haie töten kann? Das ist ganz cool, muss ich sagen. Komm, jetzt kommt keiner drauf. So, komm, machen wir das schnell so, ohne Schneiden, äh, weil ich habe irgendwie keinen Bock, das zurecht zu schneiden. So, ähm, am besten hier, wie gesagt, ähm, Cranky Kong haben, beziehungsweise mitnehmen, weil den braucht man, um das Secret Exit zu finden. Der ist auch richtig cool hier, weil er kann zum Beispiel hier diese Dinger da zerstören, diese See-Igel-Dinger da. Ja, ja, es sind Dinger und er kann auch die Haie zerstören und er kann einfach alles zerstören. Er ist einfach Cranky Kong, der Ober-Babo. So, raus da. Gut, dann beieinen wir uns hier ein bisschen. Blibla, blubbidi, boop. Ähm, und wenn ich jetzt gerade ein bisschen Zeit habe, weil jetzt kenne ich das Level natürlich, weil ich es ja schon, ähm, mal aufgenommen habe. Wenn ich schon ein bisschen Zeit habe, kann ich euch ja fragen, ähm, was haltet ihr eigentlich so von, so von Previews, äh, von Spielen? Also, ich habe das Spiel, wie gesagt, ähm, knapp einen Monat vor Release bekommen und hätte demzufolge für euch eine Art Previews machen können von, äh, den gewissen Länden, äh, Länden, Leveln. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das irgendjemand sehen will, so Previews. Von dem her habe ich auch keine gemacht. Aber würdet ihr das eventuell sehen wollen, falls ich nochmal so die Möglichkeit dazu hätte? Oder fändet ihr das eher so uninteressant, so ein bisschen, oh, zu sehr Spoiler? Obwohl, ihr müsst es euch ja nicht anschauen. Wenn da steht Preview, seht ihr, dass es eine Preview ist. Und dann müsst ihr euch das ja nicht anschauen. Aber, äh, keine Ahnung, vielleicht findet ihr das unnötig. Ja, ihr könnt mir einfach sagen, hättet ihr in Zukunft gerne so, so eine Art Previews zu gewissen Spielen, wenn ich dann die Möglichkeit dazu habe. Ich habe natürlich nicht die Möglichkeit, von allen Spielen da Previews, äh, zu machen. Aber von dem Spiel hier hätte ich die Möglichkeit gehabt. Hab's aber noch getan, weil, wie gesagt, ich dachte so, ja, ich weiß nicht, ob das irgendjemand interessiert. So, ähm, deswegen hab ich's nicht gemacht. Aber, ja, ich labere mich hier im Kopf und Tragen. Ihr wisst, was ich meine. Das sag ich immer, das sag ich immer. Oh, nein, nein, das war falsch. Moment, erstmal hier hin. Ihr sollt ein Herz sein, ja. So, jetzt können wir hier herumhopsen. So, hier, oh, nee, nee, nee. Moment. Nein, nein, das war wieder schlecht. Das war wieder schlecht. Moment, geh mal von der Seite ran. So, jetzt, wenn du blühen bist. Dann, so, und hoch da. Sehr schön. Nein, und so kommt man zum Secret Exit, wie ihr seht. So, tut mir, wie gesagt, leid, dass ihr jetzt nicht gesehen habt, wie ich live gespielt habe. Was heißt live? Ich spiel noch immer live. Aber, wie ich's blind gemacht hab, das Level, ähm, jetzt habt ihr's halt, äh, so gesehen, dass ich das Level schon kenne. Aber ist ja, also, nicht das ganze Level, sondern Teil des Levels. Aber ist ja leider nicht meine Schuld. Was heißt, leider nicht meine Schuld? Ist nicht meine Schuld. Tut mir trotzdem leid dafür. Ich hoffe, der Part hat doch nichtsdestotrotz gefallen. Und sagt mir, was denkt ihr so zu Previews? Würdet ihr die gerne sehen in Zukunft von gewissen Spielen, von denen ich auch das anbieten kann? Oder denkt ihr so eher, nee, muss nicht sein? Ja, ähm, das war's dann mit diesem Part. Ich hoffe, ihr habt auch gefallen. Wenn ja, lasst eine schöne Bewertung da. Und wir würden uns dann im nächsten Part wiedersehen. Bis dahin, meine lieben Freunde. Man sieht sich, schönen Tag noch. Und... Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü